Dein Kanal oder im Urlaub von deiner Arbeit? Im Urlaub von meiner Arbeit. Gehst du arbeiten? Da hast du ja eigentlich keinen Urlaub, oder? Nee, ich war auf einer Versammlung. Achso. Doppeljump, so macht man das. Komm Cedric, jetzt, jetzt, nein! Ich schaffe es einfach nicht, hier war es schon mindestens acht Mal. Ich muss das mal angucken, wenn wir die Shift-Taste benutzen, ne? Shift, das ist so ne kleine Taste über der Steuerungstaste. So. Und zwei unter der Tabu-Taste. Alter, ich weiß nicht. Doch, du hast mich runtergeschopst. Nein, das war Fell-Damage, den du gekriegt hast. Fell-Damage? Das Fell, hast du ja das Fell wieder abgekriegt, ja? Naja, ich hab mir Leder-Boots gekauft. Ach, da musst du sagen, weil ich sein für dich, Philip. Ja, ich spiel jetzt auf dem Handy was. Oh, ich würd' das auch verstanden spielen. Du musst mal ein bisschen allgemeinwissen hier reinbringen. Dass die Zuschauer was zu diskutieren haben. Oh, klisst du, ich hab's lange nicht mal gespielt. Mal sehen, da immer mitmachen. LOL! Das ist so ein Kackspiel jetzt mittlerweile. Ne, ich spiel suchen, spiel suchen. Ach, ne, ne, nicht spiel suchen. Hallo, wie geht das? Ach, bin ich liebe Spieler. Mal, du standst mir eindeutig im Weg. Was muss ich warten? Weil ich hab grad einen Krampf in den linken Oberarm. Was heißt Ohr-Arm, in der Schulter. Ah, boah, aah! Ich muss jetzt auf Rosalie 07 warten. Ist da kacke. Entschuldigung, dass ich jetzt immer mal huste. Ach, ne, Alter. Da hab ich wahrscheinlich mal wieder eine Fliege verschluckt. Was? Was? Was fliegen? LOL! An der Kante war's. LOL! Ja, ich bin runtergefallen. Ey, wann wir aufgeben? Oh, das muss ich euch mal erzählen. Auf der Gamescom, ne, da werden ja diese, diese, diese Armbändchen vergeben hier fürs Alter, ne? Ja, okay. Und da war einer da, der mit dem FSK 16 Band, also ein blaues. Der sah voll jung aus, ne? Da geht er ans Telefon, ja, hallo, wo seid denn ihr? Weil irgendjemand gefragt hat, wissen seine Eltern bestimmt, hallo, wo seid denn ihr? Voll, voll jung sah der noch aus, war aber erst 16, oder war schon 16 angeblich. JA! Okay. Ah, jetzt nicht verkacken. Verkack. Alter, jetzt kommt noch so ein Sprung. Ne, der geht. Och. Und, Alter, mit mich verarschen. Ey, was, was kommt denn denn? Jetzt bringt der nichts. Och. Ich könnte mich jetzt wirklich so aufregen, aber ich mach's nicht. Weil sonst wieder meine Nachbarin hochkommt. Wie heißt denn die Mutter in der Serie von Family Guy? Louis, oder? Ja. Ja. Oh, mein Telefon, also, wenn, wenn sie hört, tut's mir leid. Ja, ich hör's. Ja, ich hör's. Cetrix, Klingel. Da geh ich jetzt nicht ran. Alter. Wunder der Technik. Kann sich ein älter Teil von mir... Wer ist ein älter Teil von mir... Galaxy S4 auf dem Markt? Ja. Samsung. Galaxy S4? Nein, nein, Apple. Äh, was ist mit dem, äh... Was ist ein 3-Punkt-Kraftheber? Keine Ahnung. Das müsstest du ja wissen, oder? 3-Punkt. Spotbilder, Werkzeug, ein High-Helven, Sportgeräte oder hydraulisch-Fochisch... Wir müssen hydraulisch-Fochisch... Ach, das ist das. Ja, hydraulische. Kommt nicht bald das iPhone 6 raus? In welchem Land wurde der USB-Stick erfunden? Israel, Japan, USA oder Südkorea? Ja, USA bestimmt. Israel. Loll. Das hätt ich jetzt gedacht, das wäre übrigens abstrakt wirklich. Was wolltest du grad fragen, Cedric? Äh, äh, wenn das 1.6 rauskommt. Äh... Keine Ahnung. Kommt. Ich bin kein iPhone-Fan. Ich auch nicht. Ich hab' einen HTC Runden, dann auch. Das reicht hier. Aufstehen. Ich hab' eine Bolle. Unten. Hier. Gut zu wissen. Ne, ich warte noch gucken, wie weit du bist. Sollen wir aufgeben? Soll ich euch die Tür öffnen? Also, komm noch einmal, probieren wir's und dann... Ja, okay. Okay, ich probier' nochmal. Geh' ich mal runter, ich mach' schon mal die Tür öff. Loll, springt ja nicht. Ach, okay. Yolo. Dankeschön. Genau. Was war das? Kakteen. Wirklich. Savanna-Parcours. Geht das wieder los? Oh. Du gehst jetzt mal schön wieder runter. Okay, jetzt alle in der Reihe nach. Wir stellen uns jetzt an, denn dann darf jeder einmal ran. Okay. Ach, da muss man drauf springen, das schafft man doch nicht, das schafft man doch auch so. Ah, siehst du, das schafft man auch so. Nö. Loll. Im Sprung. Ey, geht's die ganze Zeit nur so? Das springt ja nicht. Die Map, geht die die ganze Zeit nur so? Ja, das ist ne Jump-in-One-Map. Ach du Scheiße. Bolle, das letzte Mal, wo du ne Map mit Story mitgespielt hast, ne? Da hat nicht funktioniert. Warum? Was hab ich dann gemacht? Kannst dich immer an diese komische Trauminsel-Paradies dort erinnern, wo du Daniel mitgespielt hast? Das war doch super. Da bist du fast die Rage spürt und Daniel... Maus-Sensibilität. Gut, Daniel war ganz am Ende dann gar nicht mehr da. Ach, lol. Sind das eigentlich schon Sprung? Ist das ein Vierer-Sprung? Ja, da ist immer eh Goldbar und mehr drin, denn mittlerweile hab ich schon Fünfe bekommen. Wirklich? Bist du schon wieder fertig? Ja, sicher! Also, wenn du jetzt Fünf hast, insgesamt, also insgesamt... Nee, Fünf, Vier und Ehen hab ich irgendwie schon. Ich hab schon einige. Ich hab schon zwei. Computer-Spiele! Wie heißt das Echtzeit-Strategie-Spiel von Eugen System, das mit der Zoom-Bahn-Karte und Kriegs... Was? Age of Empires? R-U-S-E... R-U-S-E... Ach, so ein Zeug. Ich kenn' ich nicht. Welches Spiel läuft und springt man hauptsächlich über Hochhäus-Dächer und überbringt Nachrichten? Äh... Das sind Creed? Tom Clancy Spenden ist Blinder-Seller oder Miros-Age? Miros-Age. Das sind alles so Spiele, die äh... Fast überhaupt nicht berühmt sind irgendwie, oder? Welche beiden Tiere sind die Hauptfiguren der Computerspiele? Sam & Max Hit The Road aus dem Jahr 1993. Äh... Das ist schon lange? Aus der Milch, welches Tier ist breit mein Schäfer zu? Ich schaff' den Sprung einfach nicht. Du Bolle auch nicht? Nö. Welchen Sprung schaffst du nicht den hier? Ja. Na, den finde ich eigentlich noch ab und der hier. Boah ey! Das ist eigentlich dasselbe wie hier! Ne, der ist gerade, oder? Ist der gerade? Boah ey! Ja, der ist gerade, der ist schräg, der ist etwas weiter. Ich schaff' den einfach nicht. Du musst dich hier ganz hinten ran stellen, nach unten gucken und dann nach vorne springen. Da kannst du es schaffen. Warte mal, warte bis ich hier... Du darfst nicht auf den Kaktus springen. Naja, ich versuch's aber gerade. Das ist aber schwieriger. Guck, hier so hinten ran stellen und dann springen, als bin ich nicht gesprungen. Was hat Nintendo für eine Konsole im Jahr 2012 veröffentlicht? Die Wii U? Ja, klar, Wii U. Wie? Nein, wie? Die anderen Möglichkeiten. Wie Mie, Wie W und Wie X. Ach so. Ach so. Auf alle Fälle... Äh... Wie X. Nein! Ach meine... Jetzt hat er's auch geschafft, aber du bist auch noch gesprungen. Welches Erfolg der Arten ist ein fliegender Echse aus der Zeit und dem Saujahr? Triceratops, Phyneradon, Diplodocus... Ja, jetzt bin ich nicht daneben gesprungen. Ach, ich kann... Wie viele Kilometer können gar nicht in nonstop zurücklegen? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Also sag mal bis zu 800. Bis zu 2000! Alter. Na, die müssen ja im Winterweg, also Winterpause und Sommerpause bestehen. Sommer- und Winterpause? Kommt ja nix in den Namen oder was? Ja, hier diese Jahreszeiten eben, die jeder kennt. Sommer- und Schlussverkauf, ne? Also wenn ihr das Video jetzt seht und... Da haben wir so ungefähr Mitte August. Heute ist der 21. Bei ihm kommt's ungefähr Mitte Januar. Ja, jetzt nehmen wir immer ein halbes Jahr im Voraus auf. Ja, ich mach'n ja auch mal. Wenn ich im Winter bin oder... 21.08.14 und Gamescom ist gerade vorbei. Ja. Hier ist die Hauptstadt der Republik Kosovo. Philipps kannst du mal ganz kurz ruhig sein. Ich jetzt möchte mal echt was erzählen. Ich weiß nicht, wenn ihr das Video jetzt bei Sinteresse TV oder bei Philips Gaming... Oh, ich hab's geschafft! Oder bei BolleLP. Der Kanal heißt Nordics BolleLP. Nicht mal die Berti Gamer. Warum wird das eigentlich? Okay. Jedenfalls möchte ich mal was erzählen. Und zwar... Jetzt bin ich auch noch gefallen. Okay. Äh, betrifft das den August 2014 insgesamt. Und... Euch ist bestimmt schon mal aufgefallen, dass mir den ersten August Wochen... Kommt ein bisschen Wetterupdate rein in die Adventure Web. Ähm... What? Ähm... Ja. Dass mir die ersten August Wochen sehr heiße Temperaturen hatten. LOL! Ich wär's hochgekommen. In Köln hat's geregnet. Ja, und in den letzten August Wochen war's sehr kalt. So irgendwie 17 bis 22, 23 Grad. Kann ich nicht verstehen. Was für August ganz schön kalt ist. Und das hat folgenden Aspekt. Es wird nämlich langsam Herbst in Deutschland. Beziehungsweise Deutschland in ganz Mitteleuropa. Haben wir nochmal 30 Grad? Das kann man nicht sagen. Das kann passieren. Das kann passieren, dass wir nochmal Spätsommer kriegen. Aber... Das war ein Meteorologe, Alter. Aber... Aber... Ja... Jedenfalls hat das den Grund... Äh... 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 Ich hab dich grad nicht verstanden. Weil die Musik grad übelst laut ist, wäre mir... Ich halt immer leise. Hauptsache weiß auch 10. Das ist gut, ne? Keine Ablenkung. Im Text bleiben. Der hat sicherlich so ein Frumpter vor sich. Okay. Was hast du gesagt, Bolle? Äh... Willst du mal Meteorologe werden? Ähm... Gerne. Da freu ich mich schon richtig drauf. Damit die ganzen alten Oma hast glücklich manchmal. Jetzt hab ich den Sprung nicht. Was willst du denn da machen? Und... Im Fernsehen der Berichtansorgung? Den Aspekt, dass es... Einen sehr zeitigen Winter gab, der bereits schon... Wow... Im... Schneidst du mich eigentlich verarscht? Schneidst du, sag mal richtig? Im Dezember letzten Jahres aufgehört hat und... Dann ist es gleich sehr warm geworden und... Ähm... Dass wir fast kein Winter hatten 2014. Und... Da wird es natürlich auch eher kalt. Schneid das dieses Jahr. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schon in Oktober anfängt mit Schneien. Das kann natürlich passieren. Man kann es noch nicht voraussagen. Aber ich will richtig viel Schnee im Schnee. Im Schneeautofahren macht Spaß. Ich will auch mal wieder richtig Schnee haben. Weil ich liebe den Winter einfach nur. Ja, da gibt's keine Mücken. Da kannst du wie ein Auto solchen rumrutschen. Das ist lustig. Wenn da mal richtig Gas gibts, ne? Da rupt's. Aber da ist es weg immer. Äh, lol. Wenn ich in meine Endertruhe guck, äh... Da hab ich hier... Deine ganzen Goldbachern. Philipp. Wat? Warum? Warum springst du eigentlich in den Kaktus in der Bolle? Der fällt da noch drauf rein. Wie habt ihr denn was denn? Ich bin dich nicht. Das ist der... Ich bin dich nicht, Alter. Das ist der Kaktus hier. Sag mal, wird das heute noch mal was? Oder was ist denn hier los? Ich mach jetzt nicht. Strichliste, wie oft ihr aufgebt. Das mach ich jetzt ja. Warte, dann brauche ich aber erstmal Licht, weil ich nichts sehe. Na Bolle tut er... Also ich geb jetzt wirklich auf. Warte, dann brauche ich erst einen Zettel, wo ich es jetzt aufschreibe. Ich probier's noch einmal, aber ich schaff den Sprung da vorne nicht. Da hast'n Zettel. Du darfst nicht auf den Kaktus springen, ist ja schon bewusst. Doch, doch. Guck mal, du kannst auf den Kaktus. Hier, warte. Guck mal hier, warte. Wenn ich es hinkrieg. Moment. Dann bist du hier. Aber... Ich komm nicht da hoch. Also ihr habt beide schon einmal aufgegeben. Doch, ich bin da. Ja. Oh, lol. Wenn du das jetzt machst, da ist das Premium. Fällst bestimmt jetzt gleich beim nächsten. Ah, den hab ich auch schon geschafft, aber den nächsten dann wieder nicht. So kann man es natürlich ausmachen. Okay, ich bin jetzt mal ja durch, weil mir geht das tierisch auf den Sack. Ach Mist. Hätte er klappen können. Okay. Oh, es ist Nacht. Leg da schnell rein. رفal. Hagel. Mal erst mal, na Masters muss machen. Haben wir es mal richtig aufgestanden? Nein. Ähm Antes muss man da hinten in die trustworthy rendiert werden. Brother, Herr Hreieck hat mal genau so. Nun, da ist hinten draußen und romaner damit zu sprechen. Und mit mir auch manchmal fl excluded. Also, JackBubu ist übelster Pro hier. Nein, springe mal rüber. Ich habe 400 Folgen Let's Play Minecraft gemacht, ne? Ich bin übelster Pro. LoL, was mache ich denn hier eigentlich? Ich kann hier voll abkürzen. Geh doch mal weg. LoL, da fängt ich wieder an mit Streit hier drauf. Hallo, ich will hier springen und einer steht hier oben drauf die ganze Zeit rum und bewegt sich nicht mal. Ich habe den ersten Sprung nicht. Wolle nicht hauen, oder? Ach, du bist gar nicht mehr. Ne, ich haue nicht. Scheiße, wir sind runtergefallen. Was ist denn das hier für ein Gimalkia-Spielspunkt? Ey, mach den Bagger drauf.